Da kommt nicht mehr zu uns, haben wir noch? Ne, ich hab nix mehr. Wir stehen natürlich jetzt bei dir blöd. Naja, still noch weiter rum und kommen wir in die Kabine, mein Freund. Guck mal, hab ich noch Kirsch, ja. Was ist das denn? Ja, wir haben erstmal hier oben freien Durchgang, oder? Hab ich das jetzt falsch gesehen? Ne, da sind doch auch noch welche. Ist er noch drin? Ich bin nun drei Wochen hier und nie sah ich ihn aus diesem Raum kommen, schon gar nicht die Treppe herunter. In seiner Arbeit vertieft, was? Besessen trifft es er. Ich glaube, er weiß nicht einmal, dass wir hier sind. Nö, hast recht. Mist, 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 Mist. Aber gleich wenigstens alle vier Türen geknackt, das andere kriegt nie mehr. Ich hab hier keine Berserker, weil die sind auch teuer. So stehst du gerade gut. Ich dich auch. Jetzt haben wir da noch so ein komisches Zeichen hier. Ja. Dann nehmen wir da mit. Und das ist doch... Ich habe einen Moment. Wir müssen uns verholen. Ich bin jetzt noch kurz... Jetzt sind wir da. Ich bin seit Monaten hier. Bitte, befreit mich doch. Ich bin seit Monaten hier. Ich bin seit Monaten hier. Bitte, befreit mich doch! Ich bin seit Monaten hier. Sie bewachen den Eingang. Wir müssen die Treppe runter und rüber. Dann folgt mir und bleibt ruhig. Dann folgt mir. Dann folgt mir. Natürlich. Moment. Irgendwas für mich. Wenn ich jetzt gerade nicht so viel sage, ich bin da am konzentrieren und überlegen, wie ich da reinkam. Rauchbomben. Geld. Ja, das Geld, das kann ich mal gebrauchen. Kirschbomb, okay. Speichern. Hier tue ich jetzt zwei. Die zwei sind in einer Reihe. Der eine guckt. Wo ist denn der? Kommt der hoch? Okay, der geht hinten ans Fenster. So, Nummer eins habe ich. Ich muss ihn mal kurz umsetzen. So. Draußen läuft eine Kompanie. Jetzt habe ich noch einen am Fenster. Und der eine geht in Marsch. Jetzt muss ich sagen, laufe das. So, ich kann ihm sich gehabt. Okay, ist aktiv. Aber jetzt muss ich mich um den kümmern. So, stehe ich jetzt beide dumm. Jetzt muss ich gleich in der... Einmal eine Runde gegangen ist, oder der kommt näher. Also, wuch. Okay, der ist einfach um die Ecke. Ja, das ist ein bisschen... Dass man das nicht fast sieht, oder so. Naja. Das ist ja auf jeden Fall, dass er um die Ecke ist. Gesundheit. Den muss ich als erstes kriegen. Ah, kam aber. Ist keiner mehr. Alle tot. Hm. Okay, ich habe einen Eingang. Habe aber auch eine Tür zum rausgehen. Der guckt nach da hin. Der guckt nach da hin. Ich muss erst mal wissen, was dahinter der Tür ist. Ein Zylinder. Noch mal die Tür offen. Okay, ich habe freien Gang. Der hier vorne, der jetzt genau vor mir steht, der mich anguckt, der hier. Der kommt mir gar nicht gut. Okay. Und wer die Wahl, reinzugehen und alle zu död mit Rauchbombe, ist natürlich wieder ein bisschen blödes. Oder einer kommt jetzt in die Mecke. Hat das Problem gelöst, wie wir es machen. Der Dicke. Okay, einer läuft wieder im Kreis. Die kriegen wir aber einfach. Ich dachte, die wären schwerer, hier die vier. Wie wichtig seid ihr denen als Gefangener? Wie wichtig seid ihr? Das ist doch nicht ein Messer hat, ey. Schon wenn wir es gebrauchen können, solcher einfach ein Messer. Kannst du ja, kannst du ja, ich komme aber zu dir. Hi. Okay, die haben wir auch. Du gehörst mir. Begeht jetzt nur keine Dummheiten. Lasst den Silberschmied gehen. Bleibt zurück. Was habe ich getan? Nur das, was ihr musstet. Kommt, wir müssen gehen. Ja, natürlich. Ja. Das hat sich gleich gemacht. Kann auch damit umgehen. Lauf. Warte, warte mal. Wir müssen einkaufen hier. Hausgüter. Definitiv Medizin. Lauf einmal ein. Und, ähm. Rauchbomben, 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 mein Freund. Ja. Wie kostet die Phantomdinger denn so schweine viel? Weil man bestimmt sauviel Kacke damit anstellen kann. So. Danke, mein Freund. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Vielleicht könnt ihr euch ja revanchieren. Ja, natürlich. Darf ich. Die erste machte ich vor einigen Jahren. Einen Privatauftrag. Eines gewissen Lafreniere. Es war eine ungewöhnliche Kommission. Und ich gestehe die Neugier triebe. mich sie anzunehmen. Vor kurzem erfuhr ich mehr über Lafreniers Hintergrund. Und was ich herausfand, ist unglaublich. Er ist ein Templer. Habt ihr das erfahren? Ja. Ich glaube schon. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich war sehr leidsinnig. Und Lafreniere kam ja auf die Schliche. Seit jedem Tag stehe ich unter Hausarrest. Ich schmiede, was er verlangt. Waffen meistens. Wo kann ich ihn finden? Nun, Lafreniere ist vermutlich nur sehr schwer aufzutreiben. Vor kurzer Zeit, da hörte ich etwas über den Schutz der Waren in der Alloblée. Es klang bedrohlich, wie er das sagte. Wenn ich fragen darf, warum interessiert er euch? Eine mir wichtige Person starb durch ihn. Ich will wissen, wieso. Verstehe. Ihr habt mein Mitgefühl. Sie werden wieder nach euch suchen. Macht euch lieber rar. Ja, das werde ich wohl. Okay. Erinnerung 1. Sequenz 5. Schauen wir mal. Unser nächstes Ziel ist wieder drüben. Das wäre die Nummer 3. Ich gucke jetzt auf den Timer. Es ist eine halbe Stunde. Ich würde sagen... Wo sind wir denn gerade? Da. Ich... 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 Komm wir, was wir noch schauf... Schaufen könnten. Kaufen können. Anpassung 5. Oh, da können wir gleich mal... Ausrüsten können wir gleich mal bei den Fähigkeiten gucken. Ob wir da irgendwas... Okay, da müssen wir erstmal die Nummer 5 abgeschlossen haben. haben aber noch den, obwohl den können ich schaue mal gerade besonders bei schleichen äh ah ok, kaufen das ist gut für den Koop und das in die Umgebung also ich habe halt immer nur die Dachmöglichkeit momentan und hier kann ich halt noch immer mich an die Wand an Bänken zu lehnen ja, Bänken zu sitzen und eine Wand runter zu tauchen das ist auf jeden Fall gut, um die Wachen schneller auszuschalten und danach müssen wir mal gucken, dass wir mal auf eventuell mal auf Fernkampf gehen oder so ok ähm das ist zwei Giftgasbombe kann dies nach um zwei abgefolgt, ah ok haben wir auch ähm, gemeinsam spielen geht ja momentan nicht Bruderschaft ist ja klar ah ok plus 25 mehr naja brauche ich jetzt eigentlich nicht Fortschritt 25% Koop 5% 7% 3% ist jetzt nicht so das meiste aber ich würde sagen äh wir haben jetzt eine gute halbe Stunde hinter uns und ähm dann würden wir uns sagen sehen wir uns in der nächsten Folge ich mache jetzt so wieder eine kleine Mission und sammle ein bisschen Geld an und bis dahin euer Fischhauter und Tschüss 21-21-21-21Reice nä